Herzlich Willkommen zurück zu Banjo-Tui, Zeit für das grande Finale. Wir sind hier in Gruntys Hexenturm und haben auch schon ihr Tragödie und Quiz absolviert und Klungur ein letztes Mal besiegt und auch wieder diesen Bob ausgestellt und Königin Gali und Bottles wiederbelebt. Jetzt ist nur Zeit der Hexe, ein für alle Mal, den Chaos zu machen. Und guck mal wer da ist, den kennt man auch, ist doch Ding-Pott. Das ist ein erster Teil. Oho, Herr Banjo, ich bin Ding-Pott. Sie aber noch nicht? Eigentlich. Ich habe Ihnen am Ende von Banjo-Kontruieren geholfen. Genau, der alte Stink-Topf. Sie wirkt so gemein, aber hüpfen Sie doch herein und holen Sie sich den Ding-Bonus. Müssen wir denn? Meine Federn sind vom letzten Mal gerade wieder sauber. Los! Scheiß drauf, Kazooie. Der Ding-Bonus füllt uns komplett wieder auf. War nicht viel, aber immerhin ein paar Granaten-Eier. Für den Final Fight empfehle ich Eiseier. Und ja, das ist die neunte Welt, Leute. Hier gibt es wirklich nicht viel zu sehen. Viel, viel zu wenig ist hier los. Was willst du mal haben? Ich wurde halt gekänzt. Ich kann mir jetzt aber auch echt nicht vorstellen, wie das hier ne Welt sein sollte. Dieser Zauberturm von Grunty. Was willst du hier groß machen? Na gut. Auf zum Grande-Finale. Nach oben. Äh. Sind wir nicht von hier gekommen? Traködienturm-Quiz. Von da sind wir auch gekommen. Ah, ja. Hier ist der Bereich. Da geht's hin. I see. Das kann man auch erst mit 75 puzzlelos aktivieren. Ne, jetzt sind wir ganz am Anfang, oder was? What? Okay, jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich überhaupt zum Finale komme. Hä? Das ist, äh, ein bisschen, äh, seltsam. Ganz ohne Witz. So, ich hätte doch gesagt, wir müssen nach oben. Das ist ein Hammer. Gibt's hier noch irgendwie einen anderen Weg. Beim Laser oder so. Was ist hier? Ha, hier muss ich raus. I see. I see, I see, I see, I see. Hier ist einfach richtig. Muss man auch erst mal drauf kommen, hä? Ja, hier geht's hoch. Oh, und hier geht's auch noch mal. Wow. Teleporter. Noch mal einen finalen Rückzieher machen möchte. Ja, du, es scheint niemals hier zu sein. Wir sollten nach Hause gehen. Wow. Das ist ja eine großartige Aussicht von dir, Arm. Und wie? Aber findest du es nicht, ja? Merkwürdig, dass Gruntil, das nicht hier ist? Bestimmt zu feige. Unser Abenteuer war zwar wirklich klasse, aber spielen wir lieber. Weiter, komm. Du wolltest auf Gruntil besiegen. Oh. Ich glaube, sie ist doch eingetroffen. Der Grabbohrer. Heck 1. Der Grabbohrer ist unser feile Boss, Leute. Pätscher. Uff. Wie, nur? Wie groß der ist? Great Britain. Aus Großbritannien kommt die. Wie konnten wir den übersehen? Aus Großbritannien, weil Rare in Großbritannien stationiert ist, ey. Diese kleinen Easter Eggs, das ist so lustig. Endlich, nach zwei Jahren, werde ich mich rächen. Warte nicht drauf, Knochen, Jan. Wir werden sehen, Fugelchen, wir werden sehen. Wo ist der Knopf oder Laser? Verfrechse zugenäht. Wer gibt mir mal die Bedienungsanleitung für das Ding? Ah ja, so geht das. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot, Mann. Oh mein Gott. Es werden nur 50 Treffer weg und Tilda. Und dann sehe ich, dass meine feige Festplatte voll ist. Ein Terabyte voll. Voller Videos, voller Let's Plays. Da sind fast nur Let's Plays drauf. Hallo? Und die scheiß Festplatte ist voll. Oh mein Gott. Mitten im Bosskampf. Da muss ich mich umbringen lassen. Weil es ja keinen Sinn mehr hatte. Konnte ja eh nicht weiter aufgenommen werden. Und jetzt gibt es das Ganze normal. Ohne manche Dialoge. Weil die kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Weil jetzt gibt es den Fail-Dialog. Von zurück. Wir liegen. Rauf rein vor die Klappe und komm in die Gäge. Jawollt. Und es lief so gut, ne? Aber nein. Aber nein. Die Festplatte muss ja voll sein. Na egal. Ich schnall das irgendwie zusammen. Riga ist mein herrlicher Magier-Absorber. Will. I am. Bob. Bob. Sponge-Bomge-Schmamm. Oh, falscher Bob. Ja, geil. Es lief eben so fucking gut. Amazing lief es. Ohne Gegentreffer. Ich bin nicht einmal getroffen. Und jetzt wäre ich schon direkt von ihren ersten Dings getroffen. Wenn ich wissen, war falsch, macht sie die Projektion schneller. 1 zu 0 für den Herzen der Bären. Mehr Laser, bitte. Zwei Doppelzüger-Laser. Du brauchst 100 Treffer, Leute. 100. No joke. 100 Treffer werden benötigt. Das ist krass, oder? Der Fehler hier, die Eiseier, weil die schnell fliegen und zwei Damage machen. Die Pose. Wenn die sind so Familie, lebe statt aus einem Mitglied. Weiß. Ja, nach 10 Treffern beginnt immer eine neue Phase. Ah, nicht schon, eyra. Mir darf ich, das wird Zeit für etwas Neues. Jetzt kommen die ollen Lenkraketen zum Einsatz. Das ist nur richtig einfach auszweiten. Einfach rüberjumpen oder so aus. Seht ihr das? Lächerlich. Super super easy. Nächste Frage? In der Foto, was ich so lächerlich in Karten spiele? Das war Bottles. Denn Bottles ist eigentlich voll läftig, mal unterschätzt ihn. Benjo Pilot ist da der beste Charakter. Beste Pilot. Bei Pokern ist er auch der beste gewesen, am Anfang gespielt. Das läuft ja heilig. Das ist eigentlich ganz gut hin. Oh, Mann. Ich wollte auch gar nicht in den Rücken umlaufen gehen. Das muss es viel einfacher auszweifeln. Zwei unnötige Treffer jetzt schon. Das lief eben besser. Das ist aber so. Das ist die große Figur auf der Rückseite von Metal-Tool-Verpackung. Und die selbst. Die Verpackung, ja, ja. Die habe ich gar nicht mehr. Die hat mein Vater weggeschmissen. Die ganze End-64-Verpackung habe ich nicht mehr. Voll ärgerlich, ey. Für mich als Sammler. Ach, jetzt kommt diese blöde Phase. Ja, ja, ja. I remember that shit. Einfach hinter dem Bohrer bleiben, Leute. Da seht ihr auch eine kleine Öffnung. Müssen wir gleich den Zeitbaum mal hier reinjagen. Aber erstmal gibt es natürlich wieder das Quiz. Oh, das ist gut. Das ist eigentlich eine Batterie drin. Zwei Batterien, actually. Weil die beide kaputt gemacht haben. Dann geht ja wohl runter. Ich finde, das muss bedeuten die wenigsten. Das war erst zu lernen. Das weiß ich doch nicht. Was das sind für eine schwere, dreckige, blöde Dreckspissfrage. Das sind wir wissen. Das ist mal ganz unbezüglich. Jetzt sind wir der Projekt wieder viel schneller. Ja, komm, ey. Lick my ass, ey. Da gehe ich schon mal auf Zeitbomben, ey. Das ist alles. Wissen wir, was falsch macht, schießt sich hier zu schnell. Das wollen wir eigentlich schon. Ich meine, die mich trafen, einfach gar nichts dran haben. So, jetzt sind wir hier drinnen. Im Grabbohrer. Und hier haben wir ein Bigger Buzzer-Batterie. Und wir haben jetzt schon mal eine vernichtet. Sehr gut. Wie war das eine Explosion? Ich bin das. Und wir haben jetzt. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Ne, mach ich hier ruhig. Ich hab' einen, zwei, zwei, zwei von der O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Jetzt schon mal zur Zeitbombeiern, brauchen wir nicht jetzt gleich wieder. Ja, los geht's, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, zack. Dann war es das auch mit dem Laser, er hat letztendlich mal hier sein Ende gefunden. Komm, oh jetzt ist hier zwei mit dem Bus, ich bin natürlich hier tatsächlich auch wieder meine Zeitbombe zerstört. Nur aufpassen. In Ordnung, das war's, ich habe Geduld. Wir kämpfen bis zum mittenen Ende. Das ist alles noch nicht. Na ja, komm, wir machen Reif an dem jetzt. Schräg sich annähern und schräg zurückgehen, das ist am besten, wenn man es getrocknen will. Seht ihr das? Es ist nur schwer, dann selber zu treffen, ne? Jetzt wird es erst, ja, also die Steuerung ist wirklich. Hm, ich weiß nicht. E-O-Shooter-Boostizieren ist übrigens nicht. Das Geld vom Ei. Aber das funktioniert zick-zack-lauch. Und zack. Schon immer funktioniert. Schon damals als Kind so rüber. Das ist leider jetzt zu langsam. Ja, einfach zurücklatschen. Ihr seht ja, wie schwer das ist, überhaupt mal in Treffer zu landen. Das ist nicht ganz normal, naja. Ist eh nur ein Treffer bis zur nächsten Phase, so. Ich glaube nicht. Doch, das ist doch die nächste Phase. Ich will was sagen. War was. Wenn normalerweise sagt die so, Oh, ich hab nur einen Trick. Mein Diener. Los, ich schraube. Das fehlt halt komplett. Ich sag ja, schon war, Mann. War da schon. So, hab ich nicht so viel Feiße gebaut, wie jetzt hier. Ich weiß noch auf, was ich weiß gar nicht, wo der ist, dieser Diener. Nehmen wir erstmal die Uniform mit. Was ist der denn? Der hat also diesen Typ, der den Kampf hingeschickt. Auch nicht, wo der ist. Da ist er direkt vor meinen Nasen, natürlich. Ist klar. Direkt vor meinen Nasen, Eier. Das war natürlich kein Treffer. Ne, jetzt die ganz normalen, Eier. Das ist super schnell. Ganz ehrlich, das macht es unheuerlich schwer. Das war dieser Typ, ein Terrierjagd. Ja, ganz ehrlich. Nur deswegen ist es schwer. Der Versuch war so viel besser. Ach, da hast du mal eine Festplatte. Aha, natürlich. Aber hey, wie lässt sich... Gleich ein Giftgas Einsatz. Mein Hauch von Senf liegt in der Luft. Wie ich das liebe. Hauch von Senf, okay. Giftgas schmeckt nach Senf. Ist mir egal. Eintreffer noch. Okay, ihr Dummköpferer, bekommt jetzt den größten, grässlichsten Fluch, dessen ich fähig bin zu spüren. Leistet eure Freund Bock ins Gesellschaft. Ihr werdet doch wünschen, ihr hättet euch nie mit Gottil der Winky Bonion eingelegt. Winky Bonion, ist das dein Nachname? Äh, nein, natürlich nicht. Ich verklage euch, wenn ihr das weitererzählt. Spann, wie du wünschst, Winky. Stirbt! Aber wenn ihr das erzählt, draufschießen was war's. Oh nein, der Fluch! Ich hab ihn fallen gelassen. Schafft ihn schnell weg, bevor er... In alle Einzelteile zerberstet und Grunty gleich mit. Der Ham ist aber gezeigt. Der Winky Bonion. Nicht, Benjo? Oh weh. Ham, gehen wir runter. Zu Bottles Party. Gute Idee. Schön. Ja, hab mich viel zu oft treffen lassen, aber... So schwer ist der Boss, kann fallen, ist, weil man die ganze Zeit Honigwaben bekommt. Und man die ganze Zeit in den Arsch gesteckt. Deswegen, kann man gar nicht verkacken. Zieh mich ruhig für eine Party. Was los, ey? Hey Brillenschlange, wo ist die Party? Nun, äh, die ist leider vorbei. Dieser Klumgo hatte solchen Hunger, dass kein Kribbel mehr übrig ist. Hm, Mombo wollte tanzen. Großer Haufen Mist. Das ist alles deine Schuld, Superion. Hättest du die Hychse doch schneller erledigt. Wenigstens habe ich mich dich verallgemein an, nicht anversteckt. Du blöde Feder. Ha, ha, ha. Du Wumba auch versteckt in Winkwappen. Du Klapphalten. Oder Wumba verwandeln. Scharlatanfrosch. Ich mach'n Goldstart und trete in den Wumbas hin, dann. Aufhören. Und zwar alle. Streitet euch gefällig draußen. Gesui hat eine bessere Idee. Habt ihr Lust auf ein Hecki-Heck-Sick? Was? Hecki-Heck-Sick! Hecki-Heck-Sick! Was soll denn das sein? Du wirst schon sehen? Hä? Was zum Geier? Streiten die da am Ende, Mann. Friede, Freude, Ayakoum. Gruntys besiegt. Alle Puzzleteile sind groß. Was ist los, Mann? Hä? Ich spiel' jetzt quasi Kimari mit Gruntys Kopf. Halt wirklich Kimari. Das ist so ein japanisches Spiel. Wo er im Wald tritt und schlägt halt alle Körperteile benutzt. Nimm dich! Ich hab' ja... Komm. Ah, viel Spaß sein! Oh Gott, ey. Mumu, korrekt! Mega Spaß! Schieß hier rüber zu mir! Gut, dass ihr das als Kind nicht gesehen habt, weil ich das so weit hingespielt hatte. Dass ich nicht geschafft hab, so viele Puzzles zu sammeln. Weil das wär' Verstörung gewesen. Ups, da guck mal, ne Hexe auch. Auge verliert die. Nur der Kopf von Gruntys da. Das wird euch noch leid tun, euch alle! Warten auf Banjo Free! Oh, wie sad. Na guck, er hat seinen Lebenstraum erfüllen können. Captain Blubber. Er hat sein UFO gekauft, das flotte Flugobjekt. Tja, Banjo Free, das niemals erschienen ist. Zumindest nicht in der Gestalt, wie ich es ursprünglich geplant war. Es wurde dann Schraube locker und... Schraube locker ist halt Schraube locker, I guess. Gut. Jetzt, liebe Freunde, haben wir hier noch ein paar Bonus-Sachen zu begutachten. Hier kann man den Spielstand kopieren. Da gucken wir uns das gleich an. Hier gibt es Einstellungen. Hier gibt es ein Mehrspielmoos, die ich euch nicht zeigen kann, weil ich kann mehr Spiele ab. Und hier kann man den Spielstand löschen. Was könnte man hier machen? Bildposition, Breitbildmoos, bla bla bla. Okay. Weltumfang, Sprache. Nichts Nennenswertes. Aber hier. Da zum Beispiel kann man sich die Minispielen nochmal alle geben. Die Bosse nochmal alle machen. Tatsächlich bis zum letzten Bosskampf. Alle Klugen nur Fights. Hey, natürlich nicht mal an, weil wir haben das ja alles gesehen. Und hier kann man sich die Filme nochmal angucken. Tatsächlich. Die Einleitung. Durch Jinger legen, wie er zum Zombie wurde, wie er normal wurde. Gruntys besiegt, mitwirken und Aufzug der Charaktere. Ich glaube, das hier, das gucken wir uns noch an, weil das haben wir nicht gesehen. Das musste ja man ja mit Hilfe eines Sheets freischalten. Seht ihr das? Oh, stelle Goldene Goliath. Das mussten wir ja mit einem Sheet freischalten. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war Banjo, Tui. Äh, ja, dumm gelaufen, mein Bosskampf. Ein paar Dialoge sind jetzt leider weg gewesen. Ähm, ein bisschen schade, aber ansonsten habe ich alles gezeigt. Sogar das hier, was halt nur mit Hilfe eines Sheet-Codes zu aktivieren ist, alle Sheets gezeigt, alle Puzzles gemacht. Wenn ich alles, was das Spiel zu bieten hat, auch das letzte Extra-Puzzle noch gemacht von, äh, Puzello, ne, komplett alles gezeigt hat. Und es freut mich. Dann geht's, ähm, demnächst weiter mit Banjo-Pilot. Ja. Ein Racer, ein Fundracer. Das letzte Banjo-Spiel, was ich euch zeigen kann, weil Banjo-Küssen in die Schraube locker wird, ähm, so schnell nix. Ich kann Xbox 360 habe, die ich auch so schnell nicht kaufen werde, nur für ein Spiel. Hm. Deswegen. Tut mir an der Stelle leid, dass ich euch ein Banjo-Spiel dann, äh, vorenthalten muss. Aber Banjo-Pilot wird's noch geben. Ist ein kleiner, aber feiner Fundracer. Macht ganz gut Spaß. Nicht so gut wie Mario Kart Super Circuit. Aber trotzdem, ein letztes Gutes Spiel, I guess. Kann man sich auch noch mal geben. Ne. Da wird Bottles da richtig overpowered sein und uns alle abfacken, weil Bottles ist echt bei far der beste Charakter in dem Spiel. So broken, das ist unverschämt, wie gut er ist. Ich weiß nicht, warum die Bottles so stark gemacht haben. Na, das werden wir dann sehen, mein Banjo-Pilot. Keine Blank, weil er sieht auch aus. Sieht so gefährlich aus, ne, weil er einfachste Bosskampf im gesamten Game. 50 Treffer hat er gebraucht. Hälfte von Grants wie uns sonst die ganze Zeit drauf überlandet. Konga. Ja, also eure Meinung gerne zum Let's Play und zum Spiel auch in den Kommentaren. Auch zum Bosskampf. Findet ihr den auch so einfach? Ich fand ihn nicht im Banjo-Kazooie schwieriger. Ich hab mich jetzt zwar oft treffen lassen, aber es gab so oft Honigfarben. Und normalerweise lassen sie mich nicht so oft treffen. Ich fahr jetzt ein bisschen tiltet, dass die Aufnahme halt verkackt ist. Dass ich euch diese Dialoge nicht zeigen konnte. Naja. Was soll's? Was willst du machen, ne? Gut. Ja, der einfachste Final-Boss-Fight ist auch auf jeden Fall in Dings gewesen. Grantsis Rache. Wobei ich die Bosskampf gar nicht mehr so schlecht fand. Grantsis Rache. Oh, naja. Und Jodie, Roger. Ach, stimmt. Die Jukebox gibt's ja noch. Da müssen wir noch hin. Zur Jukebox gehen wir jetzt noch, Leute. Die hab ich voll vergessen. Ich Idiot. Die Jukebox müssen wir noch machen. Ist mir egal, wie lange der Part wird. Da gehen wir noch hin. Wenn wir extra den Cheat aktiviert, dann werden wir uns das auch noch reinziehen. Jukebox. Gut, dass ihr mir das hier angeschaut habt. Oh mein Gott. Aktiviert er die Jukebox und geht nicht hin, oder was? Guckt seine Festplatten nicht nach. Tick, doch, bock, tick, doch, Juni. Was dem wohl geworden ist, wir haben auch nicht erfahrenen. Dreibeiniges Schwein. Yo, die sind da jetzt ordentlich am Schwinden, ne? Auch eine lange Quest. Das ist nur das Gewässer, der gereinigt hat. Kepnolls Auge. Yay. Sein Wasser. Schafft nur er, ne? Betrunken werden vom Wasser. Darum durften sie nicht machen, glaube ich. Das haben die nicht so gerne, wenn die Videospielindustrie irgendwie Alkohol thematisiert wird. Und dann kam Conker, ne? Na gut, Conker war aber auch am 18. Na, Conker kommt da auch noch irgendwann auf meinen Kanal. Vielleicht nächstes oder übernächstes, ja. Conker ist auch witzig. Das ist quasi die nicht jugendfreie Version von Banjo. Äh, would my let's base auch nicht jugendfrei, also von daher Jolly Rogers Juice, ne? Sperma von Jolly Roger in der, ähm, Letzten Welt Honigbeam, die mit ihren Körper verkaufen für Banjo, wenn man, äh, ihr die Honigwarmen gibt. Das ist das erste Lachen, halt. Meine ganzen sexuellen Anspielungen, das ist auch nicht mehr jugendfrei, also. Aber bei Conker sind die Anspielungen in-game drinne. Brauche ich mir das gar nicht erst rein erfinden. Und daher, fürst, fuck, fuck, weil ein, äh, Mitarbeiter immer fuck gesagt hat. Deswegen, Dana ist es genannt. Tympo abrockt, ey. Auch nicht schlecht. Wäre schön, die ganzen Charaktere jetzt noch mal gegen Ende zu sehen, oder? Fazit habe ich schon abgegeben, in den letzten Part zum Spiel, wer es noch mal wissen will. Uga Buga. Die habe ich mal Uga Buga genannt. Und das war nicht gut. Ja, war da natürlich auch eine Quest für uns an. Einen nervigsten, blödsten Aufträge von allen Banjo-Spielen. Und dass man diese blöden Bar da ein Ding holt. nachher, was ist, okay. Ne, ne, Bei der in-game hieß das Chiracosaurus mit drei Kinder, einer der da eingesperrt wurde im Hex-Hex-Park, einer der krank war, und der andere weiß ich gar nicht mehr, lol. Amponaron, yo. Urzeitliche Dampfwalze. Das war auch nervig. Schlingo-saurese Futter. Was, der hat den aufgegessen? Echt jetzt? Das haben wir aber nicht gesehen. Tee, lol. Das hat wahrscheinlich auch da in seinem Magen verdauert. Und da war Terry. Nicht Terry von Fail Fury, nicht der Terry-Empel aus The Legend of Zelda, Terry aus Banjo 2. Hehe, Logo. Logos heißt er einfach nur hier. Das Klo. Grunti-Gamer hat gar nicht so viele Charaktere. Mit Schmullnasen, da war der Boss. Das war noch. Die Wachroboter eventuell. Ja, Grunti-Gamer hat nicht so viele Charaktere. Können die Hater der Grunti-Gamer da sagen, guck, die Welt suckt. Die Welt ist eigentlich so gut gewesen. Jetzt gehen wir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Klubfuß. Ich sage, verdammt große Fuß. Saberman. Saberman, wie gesagt, gibt's auch für GBA. Könnt man sich mal eng mal anschauen, I guess. Alles fett. Vielleicht auch nicht so übernächstes Jahr. als Let's Play. Ich hab das nie gespielt, ne? Saberman. Ja, dann Blind. Why not? Ted. Und Gamed. Gamed. Ja, Matt. Keine Ahnung. Ich lese nur Game. Ich bin ein Gamer, Mann. Gamed. Und der fette Boggy. Früher übelst athletisch unterwegs mit seinen Schlitten. Freezyzypeak. Und jetzt einmal noch fett. Frau Boggy mit ihren dicken Glocken. Glocken. Oh, Mann. Groggy. Sag mal, wenn's eigentlich gut geht, mir geht's heute Groggy. Ja, mir geht's auf jeden Fall nicht gut, der kann sich auch nicht mehr drehen. Wie der Vater, ey. Wie der Vater so oder so. Soggy und Moggy. Drei Kinder, die wir auch aus dem Hex-Hex-Fakt befreit haben. Schön. Und Gobi. Den wir wieder drauf gesprungen sind. Tja. Tja, mein Freund. Auch in diesen Spielen blieb's noch nicht verschont. Wärter jetzt ein Banjo Free gegeben. Er würde wieder nicht verschont geblieben sollen. Banjo hätte ihn wieder vergewaltet müssen. Ach, Martha, Eisblock, hey. Seidbei existierst du wieder. Jetzt gibt's ja eigentlich Georg Eisblock, das Scheiß. Die Achterwelt hat viele Charaktere. Erich Eis. Erich Eis, nicht zu vergessen. Auf Eisseite. Und? Ja, Erich Eis. Erich Eis, der Preis ist Eis. Der Preis wird dein Fleiß. Auf dein Geheiß. Und das ganz ohne Schweiß. Achterwelt? Ja, Georg Eisblock, Damenmann. Ja. War von vorne gar nicht gesehen, ne? Jetzt schon. Ach, Superstash. Safe Genial. Safe Genital. 1984. Das war der Code. Muffo. Da Jolly Juice. Der Jolly Rogers ist dann bei Banjo Pilot übrigens auch ein Pilot. Warum man Jolly Rogers als Charakter ausgewählt hat. Ausgern mit denen. Das wäre ein Rätsel. Aber hey, er ist auch dabei. Der wie Fit Trainer. A.K.A. Herr Fit. Mr. Fit. Rarer Logo da drauf. Dreh nichts an zu. Mini-Jongro. Der Boss der Welt. Terminator. Mini-Jongro sollte auch das Fan-Projekt sein. Also der Name des Fan-Projekts von der alten Entwicklern. Aber es wurde ja in Playtonic Games umgenannt. Playtonic Games hat ja auch dann später Yooka-Laylee gemacht, ne? Yooka-Laylee 1 ist halt so wie Banjo. Auch wenn er sehr kompliziert ist. Also eher wie Banjo 2. Und Yooka-Laylee the Impossible Lair ist eher wie Donkey Kong. Sidescrolling Jump Run. Oh, richtig, ne? Ja, wir haben jetzt schon. Jetzt können wir uns auch ein bisschen vergnügen. Der Yooka-Laylee besitze ich leider nicht. Aber das könnte man auch mal in Zukunft spielen. Tüjo. Aber Donkey Kong 64 war da auch, ne? Auch ein wunderbares Spiel. Jetzt kommen die wichtigsten Charakter, ne? Okay, nicht wirklich. Immerhin hat er die Eier und alles wieder aufgefrischt. Grunty und so muss noch kommen. Damit seine Donkey Kong-Kuppe. Bottles-Kinder. Grunty, Banjo. Königin Garling. Bottles selbst. Frau Bottles. Ja. Banjo-Tui-Tasse hat die auch noch. Schlecht. Zocker-Meetie. Oh. Vor allem hier verschweißt der arme Guerill, den wir gerettet haben. Der arme Guerill. Wurde jetzt doch gegrillt. Nach Tulumu, ja. Den hab ich auch vergessen. Tja. Nach all seinen Mühen, nach all seinen Widerschaften, wird er dann letzten Endes doch... ...aufgegeben, ne? Aufgeben böse zu sein. Nachdem er wirklich... ...an der Hauptbösewichte in Banjo... ...kanzies Rache war. Er versucht hat ihn wieder den Grunty wieder zu beleben, indem er den Geist in den Roboter gestopft hat. Und hier auch dreimal gegen Banjo gekämpft hat. Hat er heute ausgedrückt. ... ... ... ... Ein letztes Mal Das musste sein. Wumba-wumba Pinkka-po. Sing-chan-schi-chan-show. Sing-chan-pink-pa-po. Wer die alle eingesprochen hat Oh, die flette Die fette Blubelda Das liegt aber eigentlich für eine komische Katze, ey Ist irgendwie creepy Miguel hat komplett das Gegenteil, ja Grunty ist so die goldene Misse Topmodel-Maße hier Die ist wieder ganz, was? Er hat auch so viele Häuser, ne? So viele Mumbo-Schäle Könnte sich das alles erlauben Und natürlich Banjo Was mit Kazooie? Was mit Kazooie, Mann? Kazooie fehlt einfach Ah Banjo und Kazooie So, sie sieht so aus Das Umschlag war aber du Ja Nur mit Hilfe vom Sheepcodes verfügbar, ne? Kann man sie ja mal geben Ja und jetzt noch ganz schnell zur Jukebox Kann der Partner über länger hat Das ziehen wir uns jetzt noch ein Wo wäre ich denn jetzt rausgeschmissen? In Jinjinlo Okay, ich mein, wir haben ja einen Teleporter Ich mein, die Eier und alles mögliche können wir jetzt immer wieder auffrischen Bei Ding-Pod Das ist halt immer jetzt verfügbar, ne? Ach, diese Dina, die waren echt nochmal nervig gegen Ende Final Boss Kampf Kann man nicht anders sagen Da waren die normalen Gegner echt eine Challenge Und sich auf Gruntys Moves konzentriert Darauf konzentriert, sie zu treffen Und fuchteln da diese komischen Dina noch herum So, Jolly Roger Ich hab gehört, deine Jukebox hungste hier wieder Dann schauen wir mal, ey, was macht der denn da? Danke nochmals Okay So Der Höhne die Welt Drücke zur Auswahl Bitte bitten Das war immer In ein Song Taxi Angels Blues Ah, das ist zerstörter Haus Von Banjo Klungengebosskampf Das ist ganz cool, ne? Da kann man sich ganz Soundtracks so machen, ja Äh, was ich halt sehr mochte ist Zum Beispiel den, äh, Boss-Dragon Von Fürst Von Fuck-Fuck Den fand ich grandios Äh, da Ist schön, dass man so einen Soundtest hier noch hat Ich mag's Stadtbummel wäre dann normale, äh, normale Musik hier Von Stadt Ja Können sich alles mal anhören So, irgendwas Besonderes Grandi Wolkenwohnenland Hexenkesselkerker Hexoland Ein Kesselbuntes Was ist das denn? Hexenkesselkerker Der heißt aber auch Tatsächlich Pfeilboss auch mit drin, oder? Ja, Heck 1, genau Cooler Pfeilbosskampf, ey Ich muss euch die Soundtracks ja jetzt nicht alle vorspielen Ihr kennt die ja mittlerweile Hexomun, Hexomun, Hexomun Ah, okay, also die Hexoterrassik, das find ich cool Magie sehr Was ist das? Ein Kesselbuntes Pengemelodie Spiel aus Waffe Ach, Tilescreen Ja, nichts Besonderes, I guess Was ist das? Das mich in der Ärger Ah, die Pre-Boss-Mucke Ja, nice Spielt jetzt auch in der Lagune? Yo, wie geil Oh, nee, schade Ich dachte, die bleibt jetzt hier an Das wär so geil Ach, schade Na gut, Leute Das war Banjo-Tui Daumen hoch, falls es euch gefallen hat Daumen hoch für dieses Let's Play Daumen hoch für den Pfeilboss Falls es euch nicht gefallen hat Könnt das Video einfach visieren Sonst sehen wir uns wieder bei Banjo-Pilots Also, Leute Bis dann und ciao Daumen hoch für den Pfeilboss Bis dann und ciao Bis dann und ciao Bis dann und ciao Bis zum nächsten Mal.